Du bist raus! Das gibt richtig Ärger, Freundchen! da ich jetzt mal die karre da kann jetzt mal den gelben haben seit wann haben die denn handys ich dachte lasst du auch noch so kürzen wir mal ab damit mit dem moped da findest aber jetzt kein seelfrieden virus auch scheiße ich bekomme haben wir platten tatsächlich fahr doch mal weg mensch scheiße was mache ich denn hier gleich lauf gleich mal was denn los du hält lauf scheiß kopf das habe ich mal irgendwie denke der gute karte mit dem bull noch mal los werde man die karte ist nicht schlecht muss ich sagen wir können scheiße wie werde ich die denn hier los oh Oh Mann, ich muss weg hier. Oh Mann, ich dachte, ich kann mich hier ver- Mann, hier ist ja... Warte ich mal eben? Scheiß-Kopf sind immer noch da, he? Oh, das ist halt ein Bug hier in dieser Ecke. Wo sie sagen, sie finden mich nicht, sie finden mich doch oder wir versuchen es gar nicht erst. Jetzt kommt schon wieder ein Polizeiauto angefahren. Noch eins. An alle Einheiten. Boah. Warte mal, wir haben hier noch... Warte mal, guck mal mit der Karre. Wie, ich kann da nicht rein zu reparieren? Nur Fahrzeuge, die du dir liefern lassen kannst, können getunt... Da gehen wir einfach so drüber, he? Wie war das am Mini-Pack? Was kann ich mehr? Die haben mittags vor, so wollen wir nicht stören, ne? Da ist immer so ein Bauteil. Ja, da trinkt man schon eine Ruhe. Schau mal wieder ab. Ach, da... Kann ich nicht aufmachen? Kann ich die aufmachen? Du weißt, dass ich immer gesagt habe, dass es keine hässlichen Babys gibt. Tja, aber der kleine Bastard von nebenan lässt mich an meiner Einstellung zweifeln. Okay... Heftig. Die hat ja vielleicht... Steht doch Stopp! Ja, Entschuldigung, das Auto, das macht sich selbstständig. Da ist ein Food-Restaurant. Mal gucken, ob wir auch was zu füttern kriegen. Na, wir kommen dann an der Kasse. Lass mal auf die Toilette. Hopp, 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 hopp. Moment, mein Auto steht ja da. In den Sonnenuntergang. Fury! Ja, seit wir aus der Klasse raus sind, haben wir schon viel zu tun. Ja, aktuelles Ziel, ich weiß. Verbleiben da schaden 7.000 Stähle oder vernichte die Zielvorräte, ja. Da kommt doch mal spät mit deiner Blöden. Okay, da kann ich auch nicht reinsetzen. So, jetzt aber. Ach, ich hab zu früh gedrückt. Schuss, sichere Weste halten. So. Gucken wir uns mal kurz hier um. Ja, das war ja ein paar Euro. Dollar. - da ist doch wie gemacht der parkplatz für uns da war wieder dieser schmuggler war auch schmuggler gehen wir mal schön aus um schnee oder die geld angezeigt jetzt kriegung auf pizza alle das ist doch das wo wir vorhin gerade hier gewesen sind kann das sein so kann man hier was ausstellen was machen und wofür sind wir jetzt hier drin hat ja gar keinen sinn ok er muss ich also doch hier rein bis jetzt das nicht ja so was macht sie Okay. Moment. Das war knapp. So jetzt haben wir auch wieder Kohle. Ja. Er soll sich endlich mal einen Rückgrat einsetzen lassen und aufhören alles zu tun, was Greco ihm sagt. So. Dann nochmal den nächsten. Ich wusste gerade, sorry, dass ich so ruhig bin. Mhm. Oben über mir. Ja. 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 So war voll. danke fürs jetzt noch hat das kohle ich bin dann vorbeigelaufen die halbwegs niki der war unten mal diese steuerung immer runter so alles klar hier bleibt aber der schrotflinte hier nehme ich jetzt nicht das ist ein gewehr mit das habe ich mir das bei so es ist mal nach unten und erst mal ein sachen kaputt machen so erstmal schaden mache so ich glaube hier in der ecke war auch noch was gewesen meine ich da aber kann man wieder normal laufen denke ich so haben wir mal da ist noch kohle drauf kohle können wir brauchen und die kohle mitnehmen so ich weiß ja mal alles kaputt gemacht da ist ja immer kohle war aber kann ich da rein ich glaube hier so hat man ja ich hab da ist er lässt er darum drauf kohle liegen und geht so nicht ganz da da nicht auch noch was auch junge wieder 3100 dort nehmen man auch noch mit so hinter uns war immer da ist immer oben oder raum nebenan da ist noch geld drin nicht so weit gelaufen ist doch dann doch vielleicht oben ach da ist auch noch was blinkt ok wir gehen nach oben hier gleich aber erstmal mal ja